Hi, mein Name ist Cecily und meine Geschichte ist irgendwie verrückt. Ich kann immer noch nicht glauben, dass mir das wirklich passiert ist. Lasst mich euch erzählen, wie ich das beliebteste Mädchen an der Schule wurde, weil ich das einzige Mädchen der Schule war. Als ich aufwuchs, war ich kein nettes Mädchen. Ich geriet ständig in Schwierigkeiten und weigerte mich, auf das zu hören, was meine Eltern mir sagten. Mama und Papa waren nicht allzu glücklich über mich und sie versuchten alles, um mich wieder ins Lot zu bringen. Ich kann euch jetzt schon sagen, dass es nicht funktionierte. Ich wurde ständig in der Schule suspendiert. Es war ein Chaos. Rückblickend verstehe ich, dass ich mich hätte anders verhalten müssen. Aber damals dachte ich, ich wäre cool gewesen, weil ich mich so benommen habe, wie ich mich benommen habe. Schlimmer noch, als ich in die Highschool kam, fing ich an, mit den falschen Leuten abzuhängen. Ich verstehe immer noch nicht, wie ich mich auf sie einlassen konnte. Ich ging auf eine öffentliche Schule, da meine Eltern sich keine schicke Privatschule leisten konnten. Dort gab es also alle möglichen Teenager. Die netten Kinder, die hart arbeitenden Kinder, die rebellischen Kinder. Ihr kennt all die Klicken, denen man sich anschließen kann. Nun fing ich an, mit einer wirklich schlechten Gruppe abzuhängen. Sie haben ständig den Unterricht geschwänzt, den Lehrern widersprochen und sie gerieten immer in Schwierigkeiten. Wirklich, ich glaube mindestens einer von ihnen wurde fast täglich ins Büro des Rektors geschickt. Sie hatten einen schrecklichen Ruf in der Schule und den hatten sie sich wirklich verdient. Ich fand sie so cool. Natürlich habe ich mich geirrt, aber als ich jünger war, schien es eine lustige Art zu sein, sich zu benehmen. Also begann ich zu versuchen, genau wie sie zu sein. Ich zog mich genauso an und begann gegen jeden zu rebellieren. Meine Eltern, Lehrer, Behörden, gegen alles, wogegen ich protestieren konnte. Meine eigenen Eltern wollten, dass ich das Fleisch auf meinem Teller esse. Dann sagte ich, ich sei Vegetarierin. Wenn ich in der Schule schlecht war, sagte ich, ich werde mich gegen das System auflehnen. Das Schlimmste daran ist, dass ich gerade erst lernte und während der Prüfung auf die richtigen Antworten wusste. Aber ich wollte nicht, dass meine Freunde denken, ich sei ein Nerd. Also habe ich absichtlich falsche Antworten hingeschrieben. Meine Eltern waren völlig überfordert und sie wussten nicht mehr, was sie mit mir machen sollten. Sie waren wirklich besorgt, dass ich mein Leben wegwerfen würde und dass ich später nicht mehr in der Lage sein würde, mich wieder aufzuraffen. Wenn ich endlich erwachsen würde, würde es zu spät sein, um alles zu ändern. Also begannen sie nach Optionen zu suchen. Sie wollten mir sagen, dass ich einen großen Fehler beginne oder zumindest endlich, dass ich wieder was ins Lot bringen soll. Zu diesem Zeitpunkt kam mein Onkel Lawrence ins Spiel. Lawrence ist großartig, aber damals dachte ich, er ist so nervig. Er war so ernst und arbeitet so hart und für mich war das super lahm. Ich verstehe jetzt, dass er seine Arbeit liebt und was noch wichtiger ist, er liebt es, Menschen zu helfen, vor allem seiner Familie. Deshalb beschloss er, mit meinen Eltern zu sprechen und zu versuchen, einen Weg zu finden, der mich ein für alle Mal auf den richtigen Weg führt. Lawrence leitete eine sehr angesehene Schule und er wollte, dass ich kostenlos dorthin gehe. Das bedeutete, dass ich an einem wirklich strengen und angesehenen Institut studieren konnte und meine Eltern nicht durch ihr Einkommen eingeschränkt sein würden. Das einzige Problem war, seine Schule nahm nur Jungen auf und ich war ja wohl ein Mädchen. Ich liebte es, kurze Kleider zu tragen und mein Haar lang wachsen zu lassen. Also war es unmöglich, diese Tatsache auch nur eine Minute zu verbergen. Also beschloss ich, ein Schlupfloch zu finden, damit ich mich bewerben konnte. Er änderte die Regeln nur für ein Jahr und erlaubte Mädchen ausnahmsweise die Aufnahme, kündigte es aber nirgendwo an. Die einzigen, die davon wussten, waren also meine Mutter und mein Vater. Dank des Einflusses meines Onkels auf den Schulvorstand erhielte ich ein Stipendium und er bezahlte sogar meine Schuluniform. Natürlich wollte ich sie nicht tragen und geriet in einen Streit mit meinen Eltern. Schließlich setzten sie sich durch und ich ging in der Uniform zur Schule. Ich war super genervt und bereit, gegen jeden zu rebellieren, der mir in die Quere kam. Sehr zu meiner Überraschung war die Schule wirklich nett. Die Gänge waren groß und schön und die Klassenzimmer waren riesig. Und die Größe meines Spindes, es war unglaublich. Vielleicht war es doch nicht so schlimm, dachte ich mir. Und dann begann ich mich umzusehen und bemerkte, dass alle Jungs so süß waren. Ich war total überrascht. Sie schienen alle fassungslos von mir zu sein. Ich liebte die Aufmerksamkeit und kürzte meinen Rock ein wenig, um meine langen Beine hervorzuheben. Dadurch starrten sie mich natürlich umso mehr an. Ich liebte jede Sekunde davon. In dem Moment, als die Mittagspause kam, eielten sie alle zu mir und boten mir an, mein Essen zu bezahlen, solange ich dort studierte. Musste ich kein einziges Mal etwas bezahlen, was ich essen oder trinken wollte. Die Jungs haben mir immer leckeres Mittagsessen und Snacks gekauft. Sie haben mich mit Aufmerksamkeit überhäuft und wollten so sehr, dass ich ihnen Aufmerksamkeit zurückschenke. Sie waren es wirklich nicht gewohnt, so oft ein Mädchen um sich herum zu haben. Sicher, sie durften mit Mädels abhängen, wenn sie in der Schule waren. Aber die meiste Zeit ihres Lebens waren sie mit anderen Jungs eingesperrt. Ich war also wirklich eine Besonderheit. Und jeder in meiner Klasse wollte sich mit mir verabreden. Natürlich sagte ich oft ja. Ich wurde wie eine Prinzessin behandelt und immer von meinen Verabredungen verwöhnt. Jungs versuchten sich gegenseitig zu übertreffen und kauften mir alle möglichen schönen Geschenke. Ich nahm sie alle gnädig an und flirtete jedes Mal zurück. Das Problem war, ich mochte so viele von ihnen. Ich konnte mich nicht entscheiden. Deswegen fragte ich sie, ob es okay wäre, wenn ich mehrere von ihnen date. Zu meiner Überraschung sagten die meisten von ihnen ja. Ja, diejenigen, die Nein sagten, habe ich einfach abserviert. Das war nicht nett, aber ich hatte damals so viele Möglichkeiten, dass es mir eigentlich nichts ausmachte, wenn sie nicht mehr mit mir sprechen wollten. Aber nach einer Weile baten mich sogar diejenigen, die sich nicht sicher waren, ob es für sie okay war, dass ich mit anderen Jungs ausgehe, um eine zweite Chance. Schließlich war ich das einzige Mädchen in der Nähe und so hatte ich ein Ass im Ärmel. Ich durfte jeden Abend Abendessen gehen. Ich habe nie etwas bezahlt und viele Geschenke bekommen. Es hat mir Spaß gemacht und ich durfte mit einigen unglaublich heißen Jungs zusammen sein. Das Problem war, dass ich nach einer Weile einfach etwas Zeit für mich haben wollte. Ich wünschte mir, ich könnte zu Hause bleiben und ein paar Tage in der Woche lernen oder mich ausruhen. Aber ich war so beschäftigt mit diesen ganzen Dates, um die man mich bat. Außerdem wurde mir klar, dass einige der Jungs, die seit Jahren Freunde waren, anfingen, sich ständig zu streiten und zu raufen. Ich fühlte mich schrecklich deswegen. Sie waren alle so nett und ich wollte nicht der Grund sein, warum ihre Freundschaft endete. Es wurde so schlimm, dass mein Onkel Lawrence mich schließlich auf sein Büro rief. Er fragte mich, warum in meinem Klassenzimmer so viel Spannung herrschte und schließlich brach ich in Tränen aus. Ich gestand, dass ich nicht wusste, wie ich die Probleme, die ich begonnen hatte, beenden könnte und dass ich an dieser Schule wirklich glücklich war. Ich wollte nicht wieder Mist bauen, wie ich es in meiner vorherigen Klasse getan hatte. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, da ich nicht mit meinen Freunden Schluss machen wollte und sie mich alle hassen würden. Also fragte mich mein Onkel, ob ich wirklich versuchen würde, mich zu ändern und ein besserer Mensch zu werden. Ich sagte, dass ich das wollte und versprach, ich würde viel härter an meinem Studium arbeiten, wenn er mir helfen würde. Lawrence hatte eine brillante Idee und er verbot Verabredungen zwischen Studenten. Das hat mir so sehr geholfen. Ich konnte mit keinem von ihm ausgehen, ohne die Regeln zu brechen und ich hatte die perfekte Ausrede, Nein zu sagen, ohne dass sie sauer auf mich würden. Alles schien in Ordnung zu sein, bis ich anfing, Morgenübelkeit zu bekommen. Mama brachte mich zum Arzt und zu unserem Schock entdeckten wir, dass ich schwanger war. Mama wollte wissen, wer der Vater war, aber ich wusste es nicht. Ich entschuldigte mich, aber ich erklärte ihr, dass ich Mist gebaut hatte und dass ich nicht so ein Chaos hätte veranstalten dürfen. Mama war natürlich wütend auf mich, aber sie war auch erleichtert, dass ich endlich Verantwortung übernahm. Meine Eltern halfen mir schließlich bei der Bewältigung meiner Schwangerschaft und sie waren wirkliche Lebensretter. Ohne sie hätte ich es nicht geschafft. Ich weiß immer noch nicht, wer der Vater meines Kindes ist, aber es ist mir auch egal. Einer der Jungs, die mit mir auf der vergangenen Party waren, Ryan, ließ sich von den Nicht-Daten-Regeln nicht abschrecken. Er bat mich immer wieder, mit mir auszugehen. Er erklärte, dass er wirklich in mich verliebt sei und ich für ihn keine dumme Affäre sei. Selbst als ich ihm erklärte, dass ich schwanger sei, bestand er immer noch darauf, dass er mein Freund sein wollte. Ich war so überrascht. Wir fingen an, uns heimlich zu verabreden, damit mein Onkel nicht wütend wurde und uns suspendierte. Aber nach einer Weile, als wir wirklich sicher waren, dass unsere Beziehung ernst war, haben wir schließlich reinen Tisch gemacht. Mein Onkel akzeptierte unsere Verabredung, solange ich nicht mit einem anderen Jungen ausging. Ryan war wirklich toll für das Baby und mich. Er ist der süßeste Kerl der Welt und er liebt mich für das, was ich bin. Das ist so selten bei einem Kerl. Ich lerne hart, um meinen College-Abschluss zu machen und Ryan hilft mir beim Lernen und passt oft auf mein Kind auf, damit ich nicht so gestresst bin. Das Baby könnte ehrlich gesagt sein biologisches Kind sein, aber wir wollen keinen Test machen. Er hat mir gesagt, dass er mein Baby liebt und dass er für uns da sein wird, egal was passiert. Ich glaube, dass er mir heute Abend einen Antrag machen wird. Er ist wie ein Vater zu meinem Baby gewesen und ich kann mir nicht vorstellen, mit jemand anders zusammen zu sein. Ich habe mich unsterblich in ihn verliebt und ich sehe mein ganzes Leben mit ihm zusammen und mit meinem Baby und vielen Brüdern und Schwestern. Ryan hat mir auch geholfen, mein Leben wieder in den Griff zu bekommen und er ist immer für mich da, wenn ich ihn brauche. Meine Eltern und Onkel Lawrence vergöttern ihn. Ich weiß, dass sie es gutheißen werden, wenn wir heiraten. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Habt ihr euch jemals in ein Schlamassel gebracht, das ihr nicht in Ordnung bringen konntet? Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und zu liken.